ja ich weiß keine leute zugucken beim arbeiten ja das ist ja mein job also wir sind auf dem sport nix bürnberg angekommen dieses jahr halt ich bin motiviert wie so ein kanal dieses jahr wird alles anders ich sag's euch wir bereiten jetzt diese campingaktion vor und freuen uns schon wenn dann hoffentlich ganz viele leute unterstützen ja los mit kannst du mit 90 cm abmessen mit so wie gehen jetzt mal an das ist an hokus pokus filibus atlas dresden wir danken euch jetzt schon ich auch wenn er nicht angeht der geht bestimmt an hallo der macht immer unsere tollen videos und blogs und alles ihr müsst ihm auch folgen auf instagram facebook oder youtube youtube finde ich gut youtube ist am besten bereit alles aufgebaut und ihr Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. So, einmal die Festhalteplatte gelöst. Sägeblatt rausnehmen. So rum. Vorsichtig machen. Ja. Neues Sägeblatt. Achtung, ist schaum. Deshalb hat er Schutzhandschuhe an. Einmal aufpassen, dass es eine schöne Nut ist. Keine Spielpassung drauf. So. Handkreissäge wieder fest. Also, Ladies, da draußen. Madka macht's. Hey, wir können das so nennen. Madka macht das. Geil. Okay. Vielen Dank.